hallo und herzlich willkommen zur neuen let's play von mir über das spiel lego gerassic world wir starten jetzt mal eine kleine reise zu den dinosaurien ich habe das spiel schon mal angespielt mir ist aber leider fehler unterlaufen ich habe die falsche tasse gedrückt war ich im split screen modus und ich habe da einfach nicht mehr raus so die controller ändern sich auch jedes mal wenn man ein spiel neu startet so wie es ausschalten soll schon zum dritten mal eingestellt und gehen wir mal vornehmen jetzt müsste wieder funktionieren ja dann starten wir mal ein neues spiel so wir sehen hier 1,9 gestorben neue speichern bestätigen spiel wird gespeichert so willkommen in der dinosaurier welt damit ihr die dressig park für mehr gefallen habe ich mir das lego dressig wird natürlich gut für die anderen legos habe ich jetzt nicht wirklich so großes interesse aber von dem auf jeden fall dressig wird dinosaurier mag ich so hier kommt die neue dino lieferung mir fress einmal du schön der wurscht elektroschocker auf volle grad was haben denn wir für arbeiter dabei raptoren transport ein raptoren transport jetzt müssen wir erstmal wieder unsere kleinen steinchen hier einsammeln was ist das hier nochmal das waren glaube ich die infotaufe hälfte im dns strenge bei den abenteuern im lego dressig wird so kann man jetzt hier irgendwas zerstören ne schaut nicht so aus ahja hier b müssen wir das jetzt hier aufbauen dass der nämlich seinen strom hier anbringen kann schockstark hat ja unser techniker muss man schauen wo kann man hier wechseln genau auf der taste dann werfen wir doch mal den an dann kommt hier die leiter muss man trotzdem mal schnell weiter hier einsammeln ja ich möchte deshalb gar nicht mit der zunge berühren hier also viele sachen im spiel lassen sich auf jeden fall kaputt machen immer dass man hier seine dinge hier einsammeln kann ja kann man eigentlich sehr sehr viel kaputt machen wie gesagt man muss hier oben die leiste jetzt voll bekommen ich weiß nicht mehr genau für was das ist aber das werden wir auf jeden fall nur rausführen im laufe des spiels wir werden jetzt erstmal hier hochgehen hier ist nämlich weiter alles hier mit strom das man in gang bringen muss so dann stecken wir mal der ding hier schön rein was jetzt ein bisschen ärgerlich ist weil das hier oben immer blind aber ich möchte nicht in split screen gehen damit man jetzt die zweite figur steuern kann ich bin nämlich momentan alleine habe jetzt gerade überhaupt keinen zweiten spieler hier der mit mir die spielen können und das ist das was ich nämlich das letzte mal gedrückt habe und ich bin da einfach nicht mal rauskommen und ich wusste nicht mehr wie ich hier rauskomme und immer wenn ich weg bin ist ja klar kommt dieser split screen und das war ärgerlich mächte und jäger können gegenstände aufheben um spuren zu lesen um so nützliche legegenstände und hinweise zu finden drücke um den lego gegenstand aufzuheben dann müssen wir jetzt erstmal wechseln weil das muss ja unser kombi hier machen und so und dann lesen wir schön die spuren wo bringt uns der sinn jetzt klappelt ja schon was kunden ach das sind also nur solche nach dem boden fertig waren aber man hat ja gesehen irgendwas fehlt hier an dem boden noch was ist hier um auf lego ziele zu schießen ach hier oben soll man hinschießen ok wenn man trotzdem erstmal schnell unsere dinge hier noch einsammeln wenn wir schon dabei sind nehmen uns auf jeden fall alle mit kaputt machen so hier haben wir noch strom dann können wir nochmal schnell wechseln eins von zehn knochen müssen wir jetzt zehn knochen finden also in der mission wie gesagt das weiß ich gar nicht ich habe das nur mal ein bisschen angespielt ich habe mir da nie so auf die missionsziele nur dass ich mal ein bisschen so ein spiel einfühlt habe ich gemacht wie komme ich hier rein was ist das hier das muss vielleicht der andere machen so was muss ich denn hier machen damit ich hier reinkomme der kann es nicht und du mit der auch nicht aber ich kann ja sonst keinen anderen auswählen denn es gibt ja nur die zwei komisch ja jetzt werden wir erstmal schnell oben hinschießen was da passiert komm hier oben wie kann der nach oben ziehen also was passiert jetzt ach die neuen steine vom boden jetzt halt lassen wir erstmal mal dinge hier aufsammeln da muss ich jetzt ausmachen lauf einfach gegen schwerte lego gegenstände um sie auf schachbrettbahn entlang zu schieben nur hinlaufen ach so der schiebt von selber komm dann lass doch mal schön den dino raus ich will ihn mal sehen jetzt weiß der den sicherheitscode nicht also hier sind wirklich schon leute angestellt 5 5 4 richtig darf ich in die nur etwas raus lassen darf ich darf ich ne das muss unser anderer machen komm mal schön her gib mal schön strom tja und wieder an seiner wurscht beißen ey oh oh der riecht es was ist denn jetzt los kämpfst du um deine wurscht oder was scheiß auf die wurscht scheiß auf die wurscht ey ich muss aber ehrlich sagen diese lego spiele sind eigentlich sehr sehr schön ich muss aber ehrlich sagen diese lego spiele sind eigentlich sehr sehr schön gestaltet worden gefällt mir schon bis jetzt wie gesagt ist mein erstes was ich spiele aber ich finde es jetzt eigentlich schön bestimmt der große aufwand was ist das hier ist das hier aber ich habe auch die lego spiele sind ich habe auch die lego spiele sind was kann man denn mit dem schönes zusammenbauen leiter also jeder spieler hat irgendwie seine anderen spezialfähigkeiten hier also gehe ich mal voraus der kann schön hoch springen schaufelgegenstände wie zum beispiel ein ich denke dass ein zahn oder gelingen sein und ja auch nicht durchdrehen kriegen denn wir ja wir finden schon so ein zahn keine angst das ist meine ganzen dinge hiermit schön einsammeln also mit dem controller lässt sich schön spielen ich möchte das jetzt ehrlich gesagt nicht mit der tastatur und maus spielen mit dem controller ist es sehr sehr einfach so komm einsammeln und haben ja noch was zum kaputt machen ja das da da wäre es natürlich zu zweit ist so ein shop ist leichter zu spielen da kann man nehmen würde man jetzt parallel da was holen können und da musste doch noch mal einen zweiten player finden der wo mir das mal spielt sondern können wir ein bisschen rumfahren dann können wir jetzt hier mit dem hinfahren auch das bleibt geht nur hier unten weil jetzt haben wir uns festgefahren so wie es ausschaut ja wir können uns nicht mehr bewegen wir kommen dann mal raus wir haben uns wirklich festgefahren jetzt und geht aus dem weg geht aus dem weg hier ist auf jeden fall was darunter muss man auf jeden fall gleich mal ausbuddeln und buddeln komm find man ein neues skelett oder natürlich das ist nummer zwei schön vorsichtig hochlaufen da ist die leiter aber dass sie dann immer gleich so weit auseinander fliegen hier ach die verschwinden halt dann muss man schnell sein so komm so komm was haben wir hier tick sich los kann man bestimmt auch kaputt machen natürlich natürlich alles schnell einsam und die verschwinden sehr sehr schnell so wie das ausschaut ne ist dann alles meine müssen auf jeden fall das dritte skelett suchen aber das muss ja dann irgendwo hier sein wenn die nämlich hier rum suchen dann muss das irgendwo hier sein wie komme ich euch helfen muss ich da wieder so eine maschine bauen na hier kann man nix aufbauen aber hier kann man jetzt mit der burg irgendwas machen ne also wenn ihr hier sucht musst du irgendwo der dritte hier sein wo müssen wir denn jetzt hin oh ich wollte dich nicht hauen tut mir leid und was ist das da naja schaut nicht so aus als ob es hier oben irgendwas gibt ey dann müssen wir uns doch noch ach so wir müssen ja auch das noch finden um das durchzuschneiden es ist mir doch immer wieder ein vergnügen hat jetzt einer von denen da schon so raus ne ne vielleicht ist das ein paar steck hm na hier drüben kommen wir noch weiter jetzt warum was hast denn du da ja dann kriegst du wenigst leicht hier raus ist das dann der dritte oder genau heute müssen wir wechseln der kann und hier zusammenfügen so wir haben alle drei gefunden ja jetzt können wir da vorne die schnur durchschneiden da oben ist ein wochen ich komm gleich zu dir warte mal schnell nur kurz ach so die sandburgen zwei von vier zwei von vier was warte überleben da 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 so komm jetzt müssen wir mal die schnur hier durchschneiden ich bin schon da ja komm schneid ja ach so da muss man jetzt drücken ich hab's gleich zerbrechlicher das kam dieses seil hält zerbrechlicher ausrüstung oh oh sorry und geht's hier oben wir müssen auf jeden Fall die zwei sandburgen noch finden hier hier komm ich gar nicht hoch warum warum komme ich hier nicht hoch jetzt weiß ich was das problem ist es braucht zwei räder nicht nur eins und einen lenker ja dann müssen wir halt nur einen lenker und das zweite rad suchen das sehen wir dann leider erst in der nächsten folge müsst ihr euch nur ein bisschen gedulden dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder macht es gut tschüss